Hallo, ich sehe ganz strummelig aus, weil ich heute den ganzen Tag über im Garten rumgewürgt habe und ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, sieben Stunden, ne sechs Stunden, sechs Stunden, ja sechs Stunden geackert und das ist ein Teil meines Ergebnisses. Sehr, sehr viel Fahnen abgeholzt und ganz viele Beete schick gemacht und jetzt merke ich auch meinen Rücken, aber das ist ja normal, nachgetaner Arbeit und fix und ready. Jetzt werde ich erstmal schön kochen und danach gehen, oder heute Abend gehen, heute Abend gehen Libby und ich dann ins Kino und gucken La La Land. Mal gucken, ob ich was verstehe. Morgen kommen Mugi und Tesi. Mal gucken, ob ich das, die Schubkarre, mit einer Hand, legt euch mal hier rauf. Morgen kommen Mugi und Tesi und, nee, so wird das nix. Und da werden wir dann zusammen essen und Libby holt die beiden mit ab, über die Erde. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Genau, ich zeige euch gleich nochmal meine Beete. Ja, ich bin ganz gespannt, wie das ist. Ich bin schön. tailicker cheeks. Ich bin sehr süss. Tschüss, der re yan раньше ist. coaster告诉 dich? ��- nós preparations für dieиц wird.